Hey Kenners, was geht bei euch ab? Ich sag euch was ganz tolles. Nach langer Zeit machen wir endlich wieder ein Community Case Opening. Jeder von euch kann mitmachen, also mit öffnen oder halt mit dabei sein. Das ganze findet heute Abend im Livestream statt, der startet um 22 Uhr. Wir werden wie immer erst unser High Game machen, danach ein internes, bei dem dann alle Ranks mitspielen können, das ist vollkommen wurscht und dann Opening. Wir werden alle zusammen auf einen Server gehen, also die, die Kisten öffnen möchten und wer will, kann auch aufs Teams bekommen, dass wir auch so die Reaktionen hören und dann öffnen wir einfach die Kisten. So miteinander, nacheinander, wie auch immer. Ich hoffe, dass wir dieses Mal was richtig, richtig Sweetes ziehen. Letztes Mal, da haben wir glaube ich 200 Kisten aufgemacht, da gab es leider keinen Knife. Es gab zwar schon ein paar gute Skins, aber wir haben keinen Knife gezogen. Natürlich wird es dieses Mal ganz sicher einen Knife geben. Hoffe ich doch. Es kann wie gesagt jeder mitmachen, der halt irgendwie noch eine Kiste und einen Schlüssel rumfliegen hat, mit rein, zack und die Kiste öffnen und Spaß haben. Oder einfach als Zuschauer dabei sein im Stream, um zu sehen, was wir so machen oder ziehen. Was mich angeht, habe ich schon diverse Kisten zusammengeschoben vom zweiten Account, also ich bin ja eigentlich ready. Ich kaufe dann später die Schüssel einfach live, wobei ich jetzt schon mal eines aufmachen werde. Ja, so ein kleines Shattered-Web-Kistelchen. Brechen wir jetzt mal auf. Prognose. Wahrscheinlich ziehe ich was Blaues, aber das heißt nur, dass wir später nur noch Red ziehen. Die ganze Zeit. Den ganzen Stream über. Nur Red. Nur Gold. Erfülle die Prophezeiung. Später nur Red. So wird es später dann am laufenden Band gehen. Im Chat wird man auch sehen können, was die anderen so ziehen und natürlich sagen sie auch, was sie ziehen. Wenn was gut ist, wird dann im Teamsweg direkt losgeschrien. Das ist klar. Das ganze wird auch ein Weilchen gehen. Wir werden ungefähr so 250 bis 300 Kisten haben. Also ich denke, eine Menge Spaß ist damit am Start. Aber natürlich auch viel Geldverbrennung. Das ist klar. Also denkt bitte zweimal, ob ihr mitmacht. Oder ob ihr da zuschaut. Es kostet alles Geld. Es kostet alles Geld. Gut. Dann werde ich jetzt mal noch die Skins für den Stream gleich raussuchen, also die es auch im Giveaway gibt. Und dann sehen wir uns ja bald. 22 Uhr ist ja eigentlich schon gleich, ne. Der Stream hat, ich sag's jetzt schon mal, ein offenes Ende. Also man muss nicht großartig fragen, wann der Stream zu Ende ist. Irgendwann so gegen vier oder fünf. Mal gucken, wie lange wir machen. Obwohl ich eigentlich schon versuchen will, etwas früher ins Bett zu gehen. Also vier wäre schon nicht schlecht. Aber mal gucken. Also dann bis später. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall, denn ich bin mir wie gesagt sicher, dass wir dieses Mal endlich ein paar Knives ziehen. Anna, kann ja nicht wahr sein. Ich habe jetzt was Blaues gezogen. Jetzt kommt nur noch Rot. Und Gold. Bis zum nächsten Mal.